So, aufgeregt hat das Problem eine kleine, unfreiwillige Pause gehabt und jetzt geht's weiter mit Samus. Ah genau, wir sind ja wieder da. Warte mal. Hup. Kommt gerne, Jungs. Schon erledigt. So. So, wo geht's heute lang? Moment. Ich bin bereits hier ein bisschen orientiert. Ja, da waren wir glaube ich. Genau, da kamen wir ja her. Hier sind wir dann hingegangen. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie einen richtigen Weg finden. Das war ein bisschen zu früh. Scheiße, bitte nicht mehr. Rutsche Ratten hier. So, jetzt gehen wir hier weiter. So. Ich brauche Verstärkung. So. War was? Dann gehen wir mal hier durch. Ich glaube, das sind so die Wege, die wir noch nicht kennen. Ah. Gut. Dann machen wir jetzt mal durch. Ja, dieser scheiß Anschluss muss ich überlegt werden. Okay, da kommen wir nie weiter. Das heißt, wir müssen uns einen anderen Weg suchen. Große Frage, welche? Moment, was haben wir hier? Zirko. Der Verwunderte hat einen Sturmkruppler erwischt. Der Hinweis auf einen Kampf. Teil 5. Die Frage ist, wie gehe ich hier weiter? Jetzt sind wir früher schon nie, die ganze Zeit nicht wahrscheinlich keinen Wandlauf setzen. Ich frage sie, wie sind wir da? Ich frage sie, dass wir hier irgendwo den Weg verpasst haben. Okay, das war die richtige Entscheidung. Einmal meditieren. Und dann Gegner sind wie spawnt. Das ist das größte Problem, aber wir haben ja... So, einmal verlassen. Ich bleibe an dir dran. So, was haben wir hier? Und Schere Angriffstruppler, okay. Schon wieder so einer. Ich war beide weggeholt. So, der ist tot. Ich hab dich. So. Gut. Ah, diese scheiß Anschlüsse, die müssen immer repariert werden. Moment. So, gehen wir uns weiter durch. Uh, gekappt. Was haben wir hier? Echo. Schöne Ratte da. Toter Dorfbewohner. Teil 6. Was haben wir davon jetzt? 6 von 10, glaube ich, war das. Okay. Na, ich muss ja den Handy hier noch kriegen. Ne, warte mal. Wo war das? Na. Na. Anders warum. da war was zum nehmen das kennen wir ich kann es nicht verschieben durch das auge des sturms ok so 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 wo war das jetzt die kumgarnröhle ja die war es nicht okay okay ich soll mal die falsche Höhle rein was hat die denn hmm hmm okay 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 Tja. Hm. Könnte das denn sein? Also hier komme ich irgendwie her. Schauen wir sich halt auch hoch. Okay. Ja. 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 Ich hab das Gefühl, dass ich trotzdem da hoch waren muss. Wo die da rumstehen. Ja. 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 Jau. Jau, das ist so schwierig. Jau, das ist so schwierig. Hm, da ich so rüberkomme, keine Ahnung, glaube ich auch nicht. Wir sind hier. Ja, war mir klar, das klappt nicht. Warum auch immer, der ist ja leider runterfällt. Dir ist ja leider, es ist ja leider immer mehr. Wenn du hier rauskippst, hast du eine Flaggen anstellt? Ist ja auch nicht. Wir werden das ja nicht vergrüßen. Neutี่er hat sich jetzt auch... Oh, mein Helm hat ein verschmiertes Visier. Das ist schwer, das Schießen. Ich weiß gar nicht, warum wir die Dinger tragen müssen. Hä, ja. Aber die Frage ist, wie komme ich da hin? Wie komme ich hier weiter vor allen Dingen? Wie komme ich da hin? Wie komme ich da hin? Nächste Frage.